So, weiter geht's. Deine Endposition, wenn du das erste Video gemacht hast, war hier, du bist aus dem Swing gekommen, ja, und hast oben noch einen kleinen Moment gehalten. Das war deine Endposition. In der starten wir. Ich saß ihn runter, du kommst nach oben, du gibst mal leicht zu fiedern. Ich bekomme einen Zersprung. Feste Arme. Das kombinierst du. Einmal rechts vorne stand. Einmal links. Noch für vier. Bleib. Zwei noch. Lass doch. Jetzt bist du hier. Beine Hände auf die Finger rufen. Wieder zurück. Vor. Und wieder zurück. Vor. Bleib vorne. Setz deine Hände. Schlaf ab. Bleib zurück. Aus deiner Endfußposition machst du einen Breiter. Breiter ist dein Schulter. Check das. Handkulter. Handkulter. Durch die Beine schau. Fußbeine schau. Bleib hoch. Wir brauchen das Innen. Ich bekomme rechts, ab. Links, ab. Links, links, ab. Lex, links, links. Tempo. Noch mal. Noch mit zwei. Einmal noch. Bleib hier. Lauf mal, bleib dran, um eine Handfläche, nach vorne. Schön aufhalten, lass du deine Mitte stabil halten. Einmal noch links starten, jetzt kombinieren wir mal. Rechts, ab, links, ab, rechts, ab, links, die Hände vor, vor, zurück. Links beginnt, links, ab, rechts, ab, rechts, rechts, vor und stopp. Geh mal dran, wieder schnell, die Hände, eins, zwei, eins, jetzt langsam, vor, vor, zurück. Links beginnt, tap, tap, eng, eng, slow. Noch einmal, rechts, tap, tap, eng, eng, langsam, vor, einmal noch, links. Bleib hier, stopp. Du ziehst die Knie diagonal, rechts, zur linken Hand und umgekehrt. Das Ganze schneller, acht, sieben. Eins, zwei, eins, langsam, rechts, links, linken Hand, ab, sechs, vier, links beginnt. Und er geht um den Hände, sendung, links, linken Hand und umgekehrt. Knie, links im вниз, axe, hoch, rechts, schallt, nicht 다� Gary. Vier noch. Drei. Zwei. Achtung. Setz die Schulter. Rechts, links, rechts. Let's go. Rechtes Knie. Vier. Drei. Zwei. Insaus schieben. Langsam. Not nice. Bleib hier. Jetzt nimmst du auch noch eine Dach dazu. Bleib draußen. Links, rechts, links, links. Slow, slow. Blieb das Knie langsam. Noch ein zweit. Tempo. Vier. Insaus. Noch zweimal. Faul. Einmal noch. Jump nach drinnen. Acht. Sechs. Vier. Drei. Und stopp. Bleib hier. Setz die Knie ab. Einmal die Laufbühle. Rechts Bein. Linkes Bein. Das ist beides von mir hier. Peace out.